Köln 50.667, Vorschau, Folge 2227 am Freitag, 22. Oktober 2021 Wo steckt Ninjo, als DIN ihn findet, eskaliert die Situation. DIN ist besorgt, als Doreen morgens aufgelöst vor der Tür steht und erzählt, dass Ninjo nachts nicht nach Hause gekommen ist. Sofort macht er sich auf die Suche nach seinem Bruder und ist fassungslos, als er ihn schließlich gut gelaunt beim Chillen mit seinen Kumpels aufgabelt. Selbst nach einer Standpauke zeigt Ninjo keinen Funken Einsicht. Als DIN kurze Zeit später versucht, noch mal einen Schritt auf ihn zuzugehen, erwischt er ihn beim vermeintlichen Dealen von Drogen. Aufgebracht und voller Wut durchwühlt DIN Ninos Zimmer. Schließlich muss er allerdings reumütig erkennen, dass er ihm Unrecht getan hat. Erleichtert glaubt DIN nun, dass er seinen Bruder doch noch auf die richtige Bahn lenken kann, nichts ahnend, dass Ninjo hinter seinem Rücken weiterhin ein zweifelhaftes Business durchzieht. Erleichtert 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 DIN ELECHT